Ok, ich soll ein Anzocker-Video hochladen, das sollte ja eigentlich machbar sein, denke ich mal. Äh, da... Es kam eigentlich immer gut an. Ich mach nochmal ein Gameplay, ganz normales. Und das nächste Ziel sind jetzt scheinbar hier, ähm... 30.000 Abonnenten. Das sollte, denke ich, machbar sein. Würde ich mir schwer behaupten. Und ich mach mal hier die Hackfreche. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt, aber wir mach ich's einfach mal. Dann entweder einen lustigen Kommentar. Ja, komm, lustiger Kommentar, der ist auch billig, das ist ganz gut. Und kriegt dann zwei Punkte dazu, die jetzt nicht so extrem viel sind, aber besser als nichts. Mörderischer Blick ist auch okay. Das ist, ja, exakt solide. Dann nehmen wir den hier. Emotionales. Also... Ich hab ein Easter Egg gefunden. Durch... Lustige Kritik. Keine Ahnung. Ein Ladebildschirm. Ein Ladebildschirm. Das ist eher ungeil. Aber... Wir geben dazu mal einen fachlichen Kommentar. Das war eher dumm. Aber, ne gut, weil ich hab nicht darauf geachtet. Ich hab übrigens zwei bekommen. Naja, lässt sich nicht mehr ändern. Äh, machen wir den hier nochmal. Damit kriegen wir das voll. Und... Die fehlen halt jetzt noch die hier. Aber die kriegen wir jetzt nicht mehr voll. Nicht so dramatisch, aber auch nicht so geil. Naja, mal sehen. Wir machen erst mal ein paar Klicks nochmal schön hier voll. Ich kann mir nicht so da planen. Mal sehen, ob das klappt oder halt nicht klappt. Keine Ahnung. Werden wir erfahren. Auf jeden Fall könnte ich hier den hier nochmal reinklatschen. Ist jetzt nicht super perfekt, aber ich ist okay. Und... Ja. So. Ja, wie gesagt. Das ist nicht super perfekt, aber es ist okay. Ergebnis anzeigen. Wir haben 6000 Abonnenten gemacht. Das ist super gut. Damit haben wir doch jetzt eigentlich, glaube ich, schon fast die... Dreischig tauschend. Ja, ich auch, jo. Nö. Gut. Wir haben 5 Abonnenten gekriegt und 15% mehr Erfahrung. 5 ganz Abonnenten machen natürlich total viel euch. Aber egal. Die ersten Eindrücke für immer. Blablabla, ja, ja. Das Kino gehen haben wir ja schon gesagt. Das hier und ja, abgeschlossen haben wir ganz viel. Ja. Ich denke, das ist gar nicht gut so. Ich werde vielleicht nochmal einkaufen. Ach so, ich kann bestimmt jetzt wieder nicht, oder? Doch, ich kann einkaufen. Okay. Dann gucke ich mal nach der Top-Bewertung. Das hier ist recht gut bewertet. Zumindest steigt ich an. Zwei Spiele gleichzeitig ist vielleicht auch nicht so klug gewesen. Aber ich gehe nochmal nebenbei hier arbeiten. und in der Zeit sollten ja dann die Spiele auch schon ankommen. Hoffe ich mal. Sieht ja danach aus, ja. Und dann kann ich nämlich hier schon mal öffnen und das andere Spiel auch öffnen. lege mich pennen. Gut, ich gehe jetzt zum Event und zwar so wie ich bin. Ich bin jetzt eh nicht da, von daher ist es völlig egal, ob du jetzt hier am PC bist oder nicht. Naja gut, ganz egal ist es mir eigentlich auch wieder nicht. Aber, naja, wir nehmen den Vlog auf. Und zwar freuen wir uns da drüber und machen einen, ja, Guju-Vorschlag. Keine Ahnung. Mach mal einfach mal. Dann machen wir einen total, ne, wir machen emotional. Komm, wir machen emotional. Ist bestimmt toll. Und damit haben wir auch schon den ersten Punkt definitiv voll, weil es auch nicht schlecht ist, ne? Ja. Äh, lustige Kritik. Damit machen wir nämlich jetzt schon gute Punkte für zwei. Und. Der Akku der Kamera ist leer. Ich bin lustiger Kommentar bestimmt gut. Komm, hier. Ja. Ähm. Mach mal das hier. Das macht ja eblig. Minus Null. Ist okay. Dann kriegen wir mal drei von der anderen Sorte wieder rein. Hier machen wir Winke Winke. Und dann kriegen wir auch nochmal hier ein paar Punkte rein. Gut, fehlt da nicht halt jetzt nur der Ton, aber den kriegen wir nicht besser. Jo. Jo. Kroppen können. Ach, können wir ja nicht. Na gut. Dann halt nicht, ne? Dann halt eben nicht. Können wir jetzt hier eigentlich für die Breche nicht hinstellen? Oder sind wir immer noch nicht Film genug dafür? Ab wann sind wir eigentlich Film genug? Hm. Das ist die große Frage. Ich bin noch nicht Film genug. Okay. Dann gehen wir uns den total spannenden Film angucken. Wir setzen uns jetzt hin, freuen uns, dass wir da sind und können dann auch relativ schnell wieder nach Hause gehen. Hauptsache haben wir jetzt die Aufgabe voll und vor allem Hauptsache haben wir ein kleines Vlogschen gemacht. Das ist toll. Darum bin ich eigentlich ins Kino gegangen, damit ich einen Vlog machen kann und damit ich die Aufgabe voll kriege. 30.000. Ach, wir haben noch gar nicht. 30.000. 20.000. Ich glaube, ich wünsche euch nicht an Menschen nur kurz davor. Ich will die Wichtungsweise von mir. Bla, 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 Ja. Marisch. Klar. So erstmal will ich hier den hier weitermachen. Ja. 30.000. 31.000. 11.000. 25.000. Es ist so. gut so warte mal kann ich dich gar nicht dingchen kommentare moderieren und bewerben aber kann ich dich gar nicht selber bearbeiten das video beim vlog das ging doch früher eigentlich auch so ja wir haben noch vier tage zeit ich werde eigentlich relativ entspannt sein dann futtern wir noch mal eben was und dann hauen wir das total tolle video gleich wieder raus aufnahme starten ja ich habe wahrscheinlich auf automatisch gedrückt kann es sein ich nehme die hackfresse dann nehme ich das sieht aber eigentlich sogar gar nicht so kacke aus wenn ich das hier nehme den ganzen schwung an zeug den mörderischen blick komm ich nehme den mörderischen blick das sollte das sollte erst mal etwas helfen dann entweder lustiger kommentar eraschen oder ich denke schon ich denke schon beim spiel intro passt das schon so halbwegs hier machen wir eine lustige kritik ich bin ich will die tante nach meinem computer bestätig erlaubt eigentlich nicht ne frechheit damit ich ruhig mal fragen können naja äh winkende verabschiedung kommt ciao mit v und tschö mit ö so ok turn kriegen wir halt irgendwie nie hier wirklich gut hin keine ahnung wie ich war aber ich ist so